Was ist das, was du kennst? Grundsätzlich habe ich Smoothie Capa am Anfang nicht gekannt. Aber als ich hier war und das Ganze hierherum erfahren habe, dass es eigentlich ein ganz grosser Konzern ist, war ich schon recht überrascht und dann wollte ich mehr erfahren. Grundsätzlich sind es die Leute, die mich hier gehabt haben. Wir haben ein super Team mit super Leuten, wo es einfach Spass gemacht hat, zu arbeiten. Bei uns in der Smoothie Capa wird die Sicherheit gross geschrieben, egal ob es jetzt ein stressiger oder ein guter Tag ist. Bei uns ist die Sicherheit immer im Vordergrund. Auf jeden Fall kritikfähig. Niemand wird als Meister geboren. Man muss hierher kommen und lernen. Man muss die Welle lernen und natürlich offen sein für die Leute hier. Wir im Team machen noch viel zusammen. Wir müssen bowlen und Go-Kart fahren. Weihnachtsessen gibt es auch jedes Jahr. Jetzt ist auch eine Trip in eine Escape Room geplant. Wir produzieren Weltpappkartonschachteln für die Lebensmittelindustrie, für die Chemie und für all die Sachen, die man einpacken muss. Unsere Mitarbeiter, die sich bei uns entwickeln, tue ich auch gerne an andere Maschinen einstellen, dass sie auch die anderen Maschinen können. Und wenn dann jemand fehlt oder im Urlaub krank ist, dass wir die Leute von einer Maschine auf die andere beschäftigen können. Seit ich hier bin, das Beste, was mir gefallen hat, dass ich vom Unternehmen die Möglichkeit gehabt habe, weiter zu steigen, in die Position, wo ich momentan bin. Das hat mir sehr gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.